Mit den neuen Aufzügen von Schindler macht die Innenarchitektur nicht vor der Aufzugstür halt. Nutzen Sie unvergleichliche Gestaltungsfreiheit und führen Sie Ihr Designkonzept nahtlos im Aufzug fort. Unsere vier Designlinien bieten Ihnen unendlich viele Möglichkeiten. Entscheiden Sie sich für eine Decke, kombinieren Sie Wand- und Bodenfarben frei und wählen Sie aus einer Vielzahl an Bedienpanels, Handläufen, Spiegeln, nachhaltiger LED-Beleuchtung und weiteren Zubehör. So schaffen Sie das passende Ambiente für Ihr Gebäude. Das Linea 800 Smart Touch Panel mit seinen drei einzigartigen verknüpften HD-Displays und seinem hochwertigen Finish verleiht Ihrem Aufzug den letzten Schliff und sorgt bei Fahrgästen für ein unvergleichliches Erlebnis. Und unsere branchenführende Schachtausnutzung ermöglicht flexible Kabinengrößen und damit größere Kabinen im gleichen Schachtraum. Extra ist der neue Standard.